Also ich denke, dass der Konkurrenzgedanke hier gerade bei dem Partnerportal gar nicht so im Vordergrund steht, sondern es ist eher die Gemeinsamkeit der IT-Unternehmen hier der Region, gemeinsam Fachkräfte zu finden. Ich denke, ein Unternehmen muss von sich heraus interessant sein, von innen schön sein, wie vorhin gesagt worden ist, um gute Leute anzuziehen. Und auf diese Weise werden die interessanten Bewerber auch zu uns als Unternehmen finden oder eben auch zu anderen Unternehmen finden, wo sie am besten hinpassen. Ich denke, dass die Konkurrenzsituation durch ein solches Partnerportal in keiner Weise verschärft wird. Im Gegenteil, für uns ist es als mittelständisches Softwarehaus hochgradig interessant hier mitzumachen, weil wir hier mit geringeren Mitteln für Personalmarketing, die wir einsetzen können, eigentlich zu einer größeren Anzahl interessanter Bewerber kommen können, als wenn wir das alleine machen würden. Und von daher machen wir hier mit und Gemeinsamkeit ist uns hier wichtiger als Konkurrenz. Und Konkurrenz belebt auch das Geschäft.